Ich sehe M4s, M4s. Du hast mich nicht gesehen. Da kommt noch mehr. Bleibst du da oben oder was machst du? Und er steht eklig. Wie auch immer, der mich nicht gesehen hat, der war von der Sonne geblendet. Also, ne? Seine Augen hatten sich noch nicht umjustiert. Ich bin nicht gesehen. Fuck! Oh my... Wie viele... Von überall... Ich muss grad mal ein bisschen chillen... Okay... Okay... Was ist das? Ich glaub das war der Großteil... Der war meint... Okay... Der ist mir grad egal... Der Typ mit der Granate allerdings nicht so... Nimm die Money mit... Wie viel Money liegt denn hier? Wo sind die? Okay... Okay... Sollten so ziemlich alle gewesen sein... Hoffentlich... Wo ist der geheime Eingang? Liebelein, let me show you... Du stehst genau daneben... Er ist hier... Hier ist er... Oh... Ich wusste es... Komm wir drehen... Hier... Hilf mir drücken... Okay... Und... Wieder zurück... Da schau mal einer an... Direkt vor der Nase... Komm schon... Hier lang... Vielleicht gibt es hier einen schnellen Weg runter... Ja... Nehmen wir das Seil hier... Nehmen wir das Seil... Ne... Wenigstens haben sie was zu tun... Äh... Probably like this... Und dann die Leiter runter... Nicht mal ansatzweise die Schnitte hier irgendwas zu tun... Ja... Ja... Jäger... Now get you set... Come on... Du brauchst nicht so rumschreien, weil die steht direkt neben dir. Mein Gott, das ist das längste Cote ever. Ich vermute da, da wo die hergekommen sind. Okay, wir suchen uns einen anderen Weg. Tür? No. Schatz? Jupp. Spielen? Wie wärs mit einem Tipp? Ich hab nicht wirklich ne Ahnung. Guck mal, die haben mittlerweile die Seile hier liegen lassen. Tja, danke fürs Seile Jungs. Ich hoffe da oben ist nichts gruseliges. Ich hör halt die ganze Zeit die Vertigos. Holy fuck. Ja und das ist der Grund, warum ich nicht mit den Vertigos spielen will. Die würde mich nämlich auch einfach nur zerfetzen. Das ist ne coole Mechanik. Gott, ich steh auf so'n Scheiß. Ich weiß nicht wieso. Wir sind nah dran, glaub mir. Hier sind ein paar Türen, ich brauch Hilfe. Okay. Wo bist du? Warum benutzt du das Funkgerät, wenn du einfach nur den Gang runter stehst? Okay. Geh. Ah! Hier ist der Elena. Der geheime Eingang nach Shambala. Nate? Ja. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Wenn ich noch eine Wand hochklettern muss. Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher, dass er das ist? Es muss einfach. Wir übersehen was. Die Frage ist, was übersehen wir? Solche, die man umdrehen kann? Weil Funkgeräte sind cool. Ja, macht total Sinn. Steht vielleicht irgendwas in unserem lustigen Buch. Äh, das ist das gewesen. Okay. WTF. Die Illustrationen sind super gut. Ich seh nichts, was mir grad weiter helft. Nope. Ich mein, ich hab schon gesehen, dass da oben links, da fehlen definitiv, fehlt da ein Ding. Genau. Was? Pass auf. Worauf? Was? Alle nach unten, I guess? Was? Ja. Die sind alle unten. Verdammte Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los! Zurück! Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mach ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab Kleine. Das überlebst du nicht. So. Und du öffnest jetzt den Eingang zu Shabala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Dreck? Das ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot, das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sein. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens wollt, dann lasst eure Waffen fallen! Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deine prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht, aber du... Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bring sie rein! Mist. Nimm die Finger weg! Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfangen? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß! Hör auf mit dein Spielchen! Ich tu, was du willst. Komm runter! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Ben... Peter... Allmächtiger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft dies mal ja nächstes Schild. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Okay. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Mhm. Oh, runterfallen lassen. Und, ja, ich brauch dich. Moment, warte. Papa hat ne Knarre. Ja, mach eh. Und, er wird's nicht noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch. Oh, Vorsicht, das ist nicht weit. Hey. Sorry. Ist das vielleicht den Weg? Nein, warte. Tut mir echt leid. Na toll. Was ist, Kumpel? Traust du mir nicht? Nö. Siehst du? Trau mir doch einfach mal. Na bitte, Schätzchen. Na los. Ich mag Flynn immer weniger, Alter. Holy shit. Was ein Arsch. Wehe, du führst mich in ne Sackgasse. Hier durch. Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch. Ich kann ja mal die Klappe halten. Ist ja schlimm. Come on. Hilf mir schieben. Aye, aye. Loran. Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Aha. Nicht wirklich. Hopp. Das ist Wasser. Das sieht nicht gut aus. Oh, das ist doch nass, Mädels. Das ist doch nass und kalt. Wie haben die den Karren bloß da hinbekommen? Na und, wir müssen nach ganz oben. Was, wie's doch nennst. Was? Nein. Hilf mir schieben. So. Geh hier hoch. Na los, Mädchen. Auf geht's. Mein Gott, Flynn halt doch. Das ist auch deine Mutter. Ein... Einfach die Klappe, Mann. Er ist richtig nervig gerade. So. Okay. Komm hoch. So, was ist hiermit? Sieh mal. Dein Ego in Lebensgröße. Ähm... Ähm... Nope. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. War alt. Very cold. I only played the serious. Cause I... Don't... I didn't play any Uncharted until now, so, and I'm waiting for Neo, so it was like, yeah, let's just play this to fill up time. Okay, ach, darüber. Er nervt mich so hart, ne? Kann sich kein Mensch vorstellen. So. Mach ob die Tür. Okay. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Warte einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? So, wir haben hier... Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Den von den Glocken oder was? Das sind die Glockensymbole, oder? Muss ich eine Melodie spielen? Und... Ich meine, das ist halt... Das Symbole kenne ich nicht. Das hier macht gar nichts. Okay, lass mal gucken. In der Theorie fängt man dann an mit dem Symbol, was... Ist das das da? Das Symbol, was ich brauche, hängt hier nicht. Kann man die irgendwie drehen? So ein kleines Buch. So große Zylinder. Okay. Drei Stück auf jeder Seite. Drei Stück auf jeder Seite. Nur die Frage, was links und was rechts ist. Okay, das ist das, was ich anscheinend tun muss. Und wenn ich reinkomme, ist das hier okay. Ich versuche halt gerade das richtige Symbol zu finden. Oh, die sind abgebrochen unten. Okay. Das ist so ein bisschen Ausschlussverfahren, weil die halt... Na, hör auf. Hör auf, die zu drehen. Okay, welches Symbol brauche ich hier? Hoffentlich eins, was nicht abgebrochen ist. Das mit dem Schüsselerweng an der Seite. Guck mal, ob ich das hier finde. Nein. Nein. Auch nicht. Das ist das Richtige. Oder? Ja. Okay. Dann ganz links ist dann... Das Ding, okay. Mein Gott, ist das spannend. Nicht... Es könnte das hier sein, oder? Let's see. Äh, 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 äh. Ich glaube, das ist das Richtige. Die Frage ist, was muss ich hier hin machen? So, so, und dann so. Gucken, ob ich das Richtige finde. Und, vielleicht bin ich auch total falsch an diesen Seitenverkehrt. Das hier müsste das Richtige sein. Oder? Das sieht gut aus. Zumindest die Seite. Moment, Moment, Moment. Ich bin dumm. Es war die Seite hier. Auf der einen Seite ist der, ist der endlose Knoten. Auf der anderen Seite ist der Schiener Manni Stein. Das ist die endlose Knoten-Seite. Okay. So, was war das? Äh, äh, äh. Okay, wir machen uns erstmal rechts Schüsselerweng. Rechts ist schon Schüsselerweng. Jupp, dann nehmen wir das daneben. Müsste schon das Richtige sein, oder? Jupp. Äh, okay. Das ist doch das Richtige. Die sind doch alle richtig, oder? Äh, äh. Ist das Letzte falsch? Nee, die müssten richtig sein. Ja, ja, ist gut, Sabel. Ich weiß es doch. So, und was war hier? Hier war einmal durchgeschnitten, einmal durchgeschnitten, einmal das. Nehmen wir das Symbol, was ich mir merken kann. Warum auch immer. So, das ist das. Dann brauchen wir... Einmal durchgeschnitten... Einmal ein durchgeschnittenes A mit gefüllten, einmal ein durchgeschnittenes A ohne. Das ist das, was wir hier neben brauchen. Und hier brauchen wir das Ganze in hollow. Was kommt denn da aus dem Boden? Siehste doch, Hebel. Bewegt deinen fetten Arsch, Arschloch. Komm, mach dich mal nützlich. Waren wir hier Geteile? Was soll das? Na bitte. Und cool. Oh nein, jetzt diskutier nicht. Okay, hier. Danke.